Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schmerin. Aus der reiferbaren Sporthalle Schmerin, der SV Grünwald Schmerin 2, empfängt in einem V-Liga-Spiel Eintracht Rostock. Es ist der vierte Advent und es geht um fröhliche Weihnachten, um die braucht sich Rostock eigentlich keine Sorgen mehr machen. Sie haben eine gute Hinrunde gespielt, haben in Kribitz unentschieden gespielt, hätten eigentlich gewinnen müssen. Mit etwas Glück konnte SV Kribitz das Unentschieden den Punkt in Kribitz behalten. Der SV Grünwald Schmerin hängt etwas hinterher, man hat sich etwas mehr erwartet. Und deswegen will man einen persönlichen Weihnachtsabschluss hier in der reiferbaren Sporthalle und das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Ich sitze auch hier. Ich hoffe, du nimmst noch nicht auf. Ich hoffe, du nimmst noch nicht auf. Kleine Lüge. Ich hoffe, du nimmst noch nicht auf. Und jetzt herzlich willkommen vom Kommentatorenplatz zu meinem V-Liga-Spiel des SV Grün-Weiß-Schwerin 2 gegen Eintracht Rostock. Anwohner für Grün-Weiß-Schwerin in den weißen Trikots. Von rechts nach links. Ablauf angefangen und versucht weiterzuziehen. Aber da hat natürlich jetzt der Schwung gefehlt. Saskia Harder scheitert am Block. Eintracht Rostock. Schon gute Leistungen in dieser Saison gezeigt. Insbesondere das schon angesprochene Spiel gegen den SV Kribitz. Und der Ball am Tor vorbei von Katrin Leverenz. Ja, und direkt aus der Halle raus. Also das Tor hat sie getroffen, beziehungsweise die Tür. Aber es war natürlich das Falsche. Eintracht Rostock kommt über die geschlossene Mannschaftsleistung. Das ist ihre Stärke. Mit der geschlossenen 6-0-Deckung hier. Saskia Harder erneut. Da ist die Lücke. Und klasse gehalten von Anne Mahner. Es bleibt beim 0-0. Ja. Anne Mahner im Tor. Von Eintracht Rostock. Mit 33 die erfahrenste. Soll den Rückhalt bilden. Und das 1-0. Für Rostock durch Luise Scheele. Sie ist schön hochgestiegen. Jetzt wieder die Auslöserhandlung. Und diesmal ist es die erste Wahl. Die den Durchbruch macht. Es gibt 7 Meter für Grünbach-Sparino. Es gab die gelbe Karte gegen Britta Wegner. Und Saskia Harder wird den 7 Meter ausführen. Und sie trifft. Der Ausgleich. Schnell gespielt von Rostock. Luise Scheele erneut. Zum 1-2. Und Mahner mit der zweiten Parade schon im Spiel. Und Mahner wieder. Aber auch schlechter Winkel von außen für Lisa Sperling. Und Pfostentreffer von Masha Prichat. Und Fuß von Aline Brand. Es bleibt bei Mainz zu 2-Ballbesitz für den SV Eintracht Rostock. Und wir sehen auf Schweriner Seite den Abwehrangriffwechsel. Von Juliane Schiller für die Abwehr und Maria Kluth im Angriff. Schön gespielt. Aber kriegst du den Ball nicht richtig gegriffen. Kann deswegen auch nicht richtig werfen. Aber Rostock bleibt im Ballbesitz. Und die erste Parade von Elsina Güdukheit im Tor des SV Grünreich-Sperin. Jetzt die Auslöserhandlung. Wieder ins Stocken geraten. Und passives Spiel angezeigt. Hier gibt es noch den Freiwurf. Und da wird Saskia Harder sicherlich gleich wieder hochsteigen. Am Tor vorbei. Auf die Wurftäuschung nicht reingefallen. Immer schwacher Pass von Scheele. Und Hilga hat den Ball. Und die zweite Welle. Aline Brand. Ball am Tor vorbei. Es bleibt bei Mainz zu 2. Das erste Raunen hier in der Halle. Ah, wieder schlechter Pass von Scheele. Und wieder die Chance für Grün-Weiß-Sperin zum Ausgleich. Saskia Harder kommt mit Schwung. Schöne Finte. Und dann gibt es den Ball weg. Ah, erste Unmuts-Eußerung aus dem Publikum. Saskia Harder da den Ball weggibt. Es ist nicht nur, dass sowas kann passieren. Es ist ja eine Aktivposten bisher im Spiel vom SV Grün-Weiß-Sperin. Maria Clout scheitert am Block von Saskia Hantel. Boah, gefährlicher Pass kommt aber durch. Und es gibt den 7 Meter für Grün-Weiß-Sperin. Hatte sich jede Wahl durchgesetzt. Und es gibt noch die gelbe Karte gegen Katarin Leverenz. Und Saskia Harder mit der zweiten Chance vom 7 Meter an den Pfosten. Aline Brand am Tor vorbei. Also sie ist heute für das Raunen zuständig im Publikum. Aline Brand mit dem zweiten Wurf am Tor vorbei. Acht Minuten, 1 zu 2. Jules Schiller hat sich den Ball gut geholt. Und Saskia Harder kann den 7 Meter wieder gut machen. Und der Ausgleich für Grün-Weiß-Sperin durch Saskia Harder. Da wird sie mit Gewalt, aber der Ball ist drin. Luise Scheele hat sie guten Zug zum Tor. Aber wir hatten vor, das Mannschaftsspiel gelobt am Anfang der Partie. Jetzt die Einzelleistung. Aber sie ist auch die einzige Torschützin für Rostock. Das muss natürlich etwas breiter werden im Laufe des Spiels. Verschieben da gut. Die Rostocker machen es Sperin unheimlich schwer. Im Lückenstoßen. Und Saskia Harder, da scheinbar was aufs Brustbein bekommen. Ah, der Wahl bricht ab und dann ist es. Scheele, die gut... sich gut stellt und den Konter ein Tor unterbringt. 2 zu 4. Ansatz von Jette Wahl erneut. Aber es wird zu ungefährlich, um die Rostocker Abwehr wirklich in Verlegenheit zu bringen. Fehlpass von Jette Wahl, gut aufgepasst. Von Leverenz. Die dann aber im Aus. Und... Saskia, der geht aus dem Spiel. Hat sich wahrscheinlich doch mal wehgetan. Soll eine Pause bekommen. So deutlich das jedenfalls jetzt von hier. Und Maria Kluth scheitert am Block. Und... Oh... Das war nicht gut mitgespielt. Nicht gut aufgepasst von Britta Wegner. Und die Chance für Grün. Was für Schwerin wieder am Tor vorbei. Diesmal Jette Wahl. Bleibt da im Moment liegen. Aber es geht, denke ich, weiter für sie ist er auf dem Arm gefallen. Nichts Großes, Schlimmes. Während die Rostocker noch mit der Konterchance hadern. Haben sie die Übersicht nicht gehabt. Eingeschränktes Blickfeld. Und dann hat der Gegner natürlich Möglichkeiten, sich anzuschleichen. Keine großen Folgen bisher für Eintracht Rostock. Sie führen hier mit 4 zu 2 beim SV Grün bei Schwerin 2. Und da lässt sie den Ball fallen. Jenny Bitkau. Und erneut die Chance für Schwerin. 2, was ja die Nachwuchsgruppe sein soll. Aline Brandt jetzt erfolgreich. Umanschlusstreffer 3-4. Auch für Aline Brandt ist das eine Mannschaft, weil es die A-Jugend Oberliga in Mecklenburg-Vorpommern nicht gibt, weil zu wenig Mannschaften gemeldet haben. Sich dafür interessieren, auf der Leistungsspitze in der A-Jugend zu spielen. Ist das für die A-Jugendglichen das SV Grün bei Schwerin? Die Möglichkeit, die zweite Frauenmannschaft. Auch Aline Brandt ist eine dieser jungen Spielerinnen. 17 Jahre alt. Auch Annemarie Rahn. Auf der Aufbauposition. 16 Jahre alt. Und da kann auch schon mal so ein Fehlpass passieren. Der Konter. Jule Schiller. Mit der Hand am Ball. Es gibt nichts. Und jetzt gibt's einen Wurf von der Ecke. So die Entscheidung der Schiedsrichter. Und jetzt gibt es, denke ich, gelb wegen Meckerns gegen die Bank von Eintracht Rostock. ein kurzer Austausch. Steffen Frank, der Trainer vom Grünball Schwerin, zeigt Verständnis für die Aufregung auf der Rostocker Bank. Aber recht hat der Rostocker Trainer. Es nützt ihm nichts, weil letztendlich entscheidet der Schiedsrichter und das Maß zählt. Dieser Sperling bekommt die gelbe Karte für diesen Einsatz. Gegen Scheele. Ja, da war kein Durchkommen für Bitkau. Gegen Rahn. Und Scheele erneut erfolgreich. Fünfter Treffer für Rostock. Fünfter Treffer für Luise Scheele. Jule Schiller bleibt jetzt auf der Platte. Auch sie, eine von den Jüngeren, 18 Jahre alt. Lisa Sperling, 20 und Katrin Hilger, 21. Das sind momentan die Spielerinnen auf der Platte von Grün-Weiß-Sperin. Zusammen mit Sina Güdokeit, 17 im Tor. Zum Vergleich bei Eintracht Rostock. Die Spielerinnen so um die 24 Jahre alt. Die Torhüterin, 33 Reißdraust. Keine unter 22. Und das war ein klasse Ball von Jenny Bitkau. Schönen Übelopf, 3 zu 6. Und das war klasse gespielt auf Lisa Sperling. Aber sie scheitert an Anne Marner. Und Luise Scheele bekommt jetzt eine Pause. Und Lucy Wittenburg kommt auf die Platte. Die Jüngste Spielerin im Kader heute, 22 Jahre alt. Die Jüngste Und Klasse durchgesetzt von Marsha Prischatz zum 3 zu 7. Und jetzt soll es schneller gehen bei Grün-Weiß-Schmarin. Andererhand bricht er ab. Mönchengenaußenwahl gegeben. Und Juliane Schiller scheitert, bekommt aber den Freiwurf. Rahn gibt den Ball weg. Und der Tempo-Gegenstoß. Und der Treffer für Rostock. Erneut erfolgreich. Leverenz. 3 zu 8. Entwickelt sich allmählich zu einer deutlichen Angelegenheit. Schönes Anspiel von Saskia Harder auf Katrin Hilger. Es gibt 7 Meter für Grün-Weiß-Schmarin. Und Saskia Harder trotz des Fehlversuchs darf erneut. Und sie scheitert erneut an Mahner. Kriegt er aber den Nachwurf und macht das Tor. 4 zu 8. Es gab 3,7 Meter für Grün-Weiß-Schmarin. Alle 3 hat Saskia Harder geworfen. 3 Tore hat sie gemacht und trotzdem 2,7 Meter verworfen. Auch nicht schlecht. Aber jetzt hat es das Tor von der anderen Saskia auf der Platte. Saskia Hantel, 26 Jahre alt, macht das 4 zu 9. Jette Wahl. Das ist zu einfach. So kann man in der V-League gar nicht spielen. Sina Südokai... Güdo Kajd... Entschärft den Ball. Von Leverenz. Und Ali Brandt scheitert an Mahner. Und Ali Brandt... wird jetzt gleich aus dem Spiel gehen. So deuten wir das. Christine Stendl wird dann ins Spiel kommen. So zumindest hat es den Einschein jetzt. Von der Idee her gut. Aber der Trainer sagt es gerade. Vernünftig und sauber. Und das war es nicht. War blind. Und unsauber gespielt. Jule Schiller beweist sich da immer mehr als Aktivposten in der Abreihe. Das ist SV Grünwald-Schwerin. Und gut aufgepasst von Jette Wahl. Und Jule Schiller könnte sich jetzt belohnen. Und tut das. 5-9. Der erste Treffer in diesem Spiel. Und da war eine Riesenlücke frei. Kreis gut gestellt. Und das Tor durch Masha Brischatz. Und gleich wieder Ballbesitz für Rostock. 5-10. Ja, es sind zu viele einfache Fehler, die der SV Grünwald-Spring zulässt. Rostock jetzt mit einem Einläufer mit einem zweiten Kreis. Aber wir stehen sich da ein bisschen auf die Füße. Das moniert auch der Rostocker Trainer. Und es riecht nach Auszeit. Die Karte jedenfalls hat er in der Hand. Und jetzt gibt es die Auszeit. Die Karteいる. Die Karte ist okay. Das ist der Timing, der wieder versaut. Wurzeln machen. Kommt man sich raus? Wie zum Beispiel, dass du gesagt hast, mach Druck. Dann schießt du mal. Kommt man nicht raus, dann wird es ein Kreis an. Wenn sie rauskommt, dann wird es ein Kreis an. Aber kommt sie nicht raus, wenn sie nicht raus, machst du Druck aufs Tor. So. Marsha links außen. Saskia halb links. Jenny in der Mitte. Lulu wieder halb rechts. Und. Der Rostocker Trainer moniert die einfachen Fehler, die Fangfehler. Im Rostocker Spiel. Obwohl, ich denke, dass das noch weniger ist als beim SV Grün bei Schwerin. Da sehe ich noch mehr einfache Fehler. Auch da wieder der Fangfehler. Aber es war auch ein schlechter Wurf. Und das Tor von Scheele. Ein klasse Wurf. Im Zurückliegen in der Luft. Den Ball noch gut im Tor untergebracht. Bereits der sechste Treffer in diesem Spiel. Eine Gefährlichkeit, gegen die sich der SV Grün bei Schwerin etwas einfallen lassen muss. Und diesmal schön die Lücke sich erarbeitet, sich er spielt. Und dann ist auf der Seite Lisa Spelling frei und bringt ihn im Tor unter. Das war eine gute, konsequente Spielweise vom SV Grün bei Schwerin. Aber die müssten sie öfter anwenden, wenn sie hier eine Chance haben wollen gegen Eintracht Rostock. Wieder ein schlechter Pass von Scheele. Und dann noch schlechter von Hantel. Das ist natürlich die Chance für Grün bei Schwerin. Und jetzt sehen wir scheinbar den Offensiv-Defensivwechsel zwischen Harder und Schiller. Und den konnte er von Rostock erfolgreich abgeschlossen, von Masha Prischat. 6 zu 12. Und jetzt gibt es eine Entscheidung für Eintracht Rostock. Ich bin mal gespannt. Die Variante 4 für Rostock. Gestellt. Der Wurf findet er und dann gibt es den Freivurf für Saskia Hantel. Jetzt wieder die Variante. Ganz schwacher Pass von Scheele. Das muss man sagen, auch wenn sie sich gut hervorgetan hat durch jetzt gibt es die Auszeit auch auf Schweriner Seite. Sie gut hervorgetan hat durch die Tore. Die Pässe passen noch nicht. Und jetzt haben wir mal rein beim SV Grün bei Schwerin. Wir müssen jetzt nicht massiv von in den Kreislauf versuchen. Da stehen Sie jetzt hinten kompakt. Also Sie müssen erst mal wieder anfangen, von hinten aufzubauen. Wir wechseln mal kurz. Jule geht auf rechts außen. Tino macht dann den Abwehrwechsel, ja? Sie geht in den Inblock mit rein. Das heißt, sie wechselt also mit Tino, ja? Okay. Und dann vorne. Die Verbreite halten. Und dann über die Außen. Ihr habt gesehen, dass diese Gegenkreuzung funktioniert. Dann machen wir sie nochmal ab. Ja? Hinten eine Abwehr nochmal klare Absprache. Wenn der Kreislaufversicht natürlich einen weiter rüber schafft, dann ist es wieder so, Ja, ganz ruhig und sachlich. Steffen Franke in seiner Time-Out-Ansprache. Die Gegenkreuzung hat funktioniert. Ja, dann machen wir sie halt nochmal. Ja, so muss es laufen. Und in der Abwehr kommunizieren miteinander. Richtig abzählen, nennt sich das dann, in Handballdeutsch. Und das Spiel breit halten soll Schwerin. Ja, das ist diese genannte Gegenkreuzung. Aber es ist zu eng. Rostock stand da gut. Oh, da ist die Lücke. Da haben sie richtig den Weg aufgemacht. Für jede Wahl. Aber Grün-Weiß hat da Geduld bewiesen. Und wurde dafür belohnt. Mit dem 7 zu 12. Also das ist eigentlich zu einfach. Aber Sina Güdokeit hält den Ball. Kathrin Helga kann ihn nicht mehr retten. So bleibt es bei Ballbesitz für Eintracht Rostock. Aber da haben wir gerade in kürzester Zeit zwei Varianten gesehen, wie man zu einem Tor Erfolg kommen kann. Einmal die Variante von Grün-Weiß-Sperin, die geduldig gespielt haben, sich die Lücke erarbeitet haben. Und hier sehen wir dann die dritte Variante. Nehmen wir das Tor von Saskia Hantel, indem sie aus dem Rückraum einfach hochsteigt. Oder eben das schnelle Umschalten. Von der Mitte weg. Und den Gegner quasi überrennen. Das ist auch eine eher einfache Variante. 7,13. Ja, so eine Fangfehler stört natürlich immer wieder den Fluss. Jetzt die Variante. Saskia Hade, da ist... Nutzt hier die Lücke. Das sah nicht schlecht aus. Vielleicht noch ein wenig konsequenter spielen. Da sind sie sich drauf auf der Abwehr. Da wissen sie nicht wohin. Jette Wahl bekommt da den Freibuff. Das hätte auch gut und gerne Stimmerfrau sein können. Ja, gab es noch einmal die letzte Verwarnung vom Schiedsrichter. Sonst gibt es hier zwei Minuten gegen die Bank. Und der Rosser, der Trainer, geht, um sie etwas abzukühlen, etwas von der Bank weg. Um seiner Mannschaft nicht zu schaden. Das ist auch eine gute Variante. Und Schrittfehler von Rahm. Sie wusste nicht wohin. Gearbeitet in der Abwehr. Und Scheele an den Pfosten. Und jetzt soll es schnell gehen. Lisa Sperling. Da war keiner bei. Der Pass auf Rahm. Aber gegen zwei Gegenspielerinnen. Der war dann Passweg zugestellt. Handball verbindet, haben wir da gerade gesehen. Lisa Sperling hilft Luise Scheele da aus dem Haargummi. Kann passieren, entschuldige ich sich natürlich. Eine schöne Anekdote aus dem Handballerleben der beiden. Und geordnet sah das nicht aus, aber der Erfolg ist gegeben. Lisa Sperling mit ihrem zweiten Treffer. 3 zu 8. 8 zu 13. So rum ist richtig. Und der Konter für Grün-Weiß. Jules Schiller kriegt den Ball nicht mehr. Der Pass ist etwas zu weit. Er ist auch Verwirrung. Sie hatte den Ball plötzlich in der Hand. Das wusste nicht, was ist nun. Hatte mit einem Abpfiff gerechnet. Und der Wurf dann zu weit. Passives Spiel angezeigt. Der Ball ist weg. Es sind noch fünf Sekunden. Dann kann Schwerin dann nochmal. Jetzt muss sie werfen. Und sie tut es nicht. Und das war's. Und hat er jetzt. Ja, jetzt hat er abgepfiffen. Halbzeit lang zwischen Grün-Weiß Schwerin und Eintracht Rostock. 8 zu 13. So, damit willkommen zur zweiten Halbzeit des SV Grün-Weiß Schwerin 2 gegen SV Eintracht Rostock. Spielstand 8 zu 13. Ja, und genau so haben wir in der ersten Hälfte auch angefangen. So, auch von Luise Scheele. 8 zu 14. Das ist egal. Er kriegt den Ball nicht gefangen und erneut die Chance für den schnellen Angriff Rostock. Nehmen sie nicht wahr. Spielen das in Ruhe. Gute Ansatz von Saskia Hantel. Steigt er hoch, aber er hat den Ball am Tor vorbei. Schlechts Positionsspiel von Grün-Weiß Schwerin. Die hatte Wahl, wusste nicht wohin. Und Katrin Hilger holt sich den Ball im Zusammenspiel mit Saskia Hane und der Pfosten. Hilger verpasst den Ball und die Chance jetzt überzahl für Eintracht Rostock. Das war schlecht ausgespielt. Schlechter Winkel für Leverenz. Es bleibt beim 8 zu 14. Und jede war Stürmerfoul entschieden von den Schiedsrichtern. Ah, meiner Meinung nach hat sie da schön auf die Lücke gestoßen. Auch da der Ball, das steht sie mal aus. Katrin Leverenz und Sina Gudokai kann sich erneut auszeichnen. Zweite Halbzeit beginnt Ereignis-Reich hier. Und Gudokai erneut. Gegen Saskia Hantel. Und Jules Schiller scheitert. Und Niedersperling wird zurückgepfiffen. Und jetzt dürfte es zwei Minuten geben. Gegen Lisa Sperling. Die erste zwei Minuten Strafe in diesem Spiel, was bisher sehr fair geführt wird. Von beiden Mannschaften. Passives Spiel angezeigt. Scheele am Tor vorbei. Und Klasse Pass von Gudokai. Der Pass genau auf Saskia Hader. 9,14. Der vierte Treffer. Der erste, der nicht im direkten Zusammenhang mit einem 7-Meter-Stand. Und das Tor auch von Katrin Leverenz zum 9,15. Darf man nicht vergessen. Gröwe-Weiß-Sparin noch in Unterzahl. Und 7 Meter. Katrin Helga hat sich da im Kreis sehr gut durchgesetzt. Holt diesen 7-Meter raus. Und Eileen Brandt darf jetzt den 7-Meter werfen. Nachdem Saskia Hader zweimal gescheitert war. Und auch sie scheitert an Mahner. Und Katrin Helga macht ihre Gegnerin fest. Und Leverenz trifft. Ihr dritter Treffer in diesem Spiel. Zum 9,16. Und letztendlich muss man das Grün-Weiß-Sparin vorwerfen. Aus 4,7 Metern nur einen gemacht. Und Tore, die später fehlen. Und Scheele gut den Ball abgefangen. Sicher. 9,17. Und von außen, das war klasse. Klasse von Leverenz. Ihr vierter Treffer in diesem Spiel. 10 zu 18. Und es gibt den Freibuff. Für Wahl. Aber mich ist richtig lange gewartet. Es ist ein Spielzug angesagt. Aber gut aufgepasst. Von Leverenz. Der ist still aus dem Spiel nimmt und dann sich den Ball krallt. Gute Abwehrarbeit. Und der Treffer von Prischatz. 9,04. Und es gibt Auszeit durch Steffen Franke. Und es gibt den Ball krallt. Und es gibt den Ball krallt. Und es gibt den Ball krallt. Denken Sie jetzt mal 4,2. Und die Halbposition. Sassi und Anne gehen vor auf 4,5. Dann müssen wir hinten schon verrücken. Die Halbposition. Und dann vorne im Angriff. Bei der Spiegel müssen wir konzentrieren. Die Federquote minimieren. Ja? Hinten. Umkehrverhalten. Wir müssen versuchen, noch die Räume mehr klein zu machen. Ja, dass wir wirklich dann nicht mehr frei waren. Die können ja nicht so lange antippen. Da müssen wir mal rauf spielen. Keine Kreiswerfer. Sie spät noch nicht mehr wirklich. Und es geht trotzdem keiner rauf. Und wir laden sie quasi zum Torwerfen ein. Deswegen 4,2. Wirklich mal versuchen. Die Laufung nicht unterbinden. Beinarbeit setzen. Ja, ist das hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Arbeiten schon. Wir spielen ohne Deckungshäxel, ja? Ohne Deckungshäxel. 4,5. Komm. Das klingt schon fast ein wenig nach Kapitulation. Wir machen jetzt noch einen letzten Versuch mit dem 4,2, so Steffen Franke. Schauen wir mal, wie sich das auswirkt. Fehlerquote minimieren. Umkehrverhalten. Mangelhaft. So sagt es Steffen Franke. Aber trotzdem, man weiß, man liegt 9 Tore hinten. Man muss sich was einfallen lassen auf Schweriner Seite. Wenn man auch ein wenig am Ausgang dieses Spiels werkeln möchte. Man muss natürlich auch Tore werfen. 10 Tore. Nach 38 Minuten ist nicht viel. Nach 38 Minuten ist ja sogar. Schwerer. Ja. Ja, Schwerin wenig einfallsreich im Angriff. Und jetzt das Tempospiel. Und dann hat sie sich schön ausgeguckter Treffer von Bitkau jetzt weiter in diesem Spiel. 10 zu 20. Und so kommt natürlich die Änderungen abwendig zum Tragen. Wenn man sich nur den Konter fängt. Schiller. Aber der Ball muss natürlich rein. Hatte sie eine gute Wurfposition. Ja, es ist äußerst interessant zu sehen, dass man zwar eine 4-2-Deckung oder 4-0-2, wie es ja fachlich richtig heißt, ausgegeben hat mit zweifacher Mann-Deckung auf die Halben. Und trotzdem sehen wir eine 6-0-Deckung. Und dass ich da jetzt, sehen wir, dass Annemarie Rahn rausgeht. Und Scheele, die andere, die sie eigentlich hätten in Mann-Deckung nehmen sollen, die macht das Tor. Ja, wie würde Steffen das jetzt nennen? Umsetzung der Anweisung mangelhaft. Um in seinem Vokabular zu bleiben. Das sieht nicht rund aus, was Grün-Weiß da macht. Es ist alles andere als eingelaufene Abläufe. Ein Passversuch auf Hilger. Und dann spielt sie ihre Kameraden das Ding auf den Fuß. Lieber Renz und Güterkeit kann sich auszeichnen. Zeigt nicht ihre stärkste Leistung, aber an ihr liegt es heute nicht. Schrittfehler von Harder. Gefiffen. Oh, nicht aufgepasst. Scheele kriegt den Ball ebenfalls an den Fuß. Und Lisa spielt, um Gottes Willen, ein Fehlerfestival. Und das hat sie schön gemacht. Britta Wegner mit ihrem ersten Treffer in diesem Spiel. 22 zu 10 die Führung, vereintragt Rostock. Ja, schauen wir uns die Gesichter an von den jungen Grün-Weiß-Spielerinnen. Sie zahlen hier mächtig Leergeld heute. Kein Fuß gegen Hilger. Hat sie Glück gehabt. Auch wenn es ein vorbildlicher Einsatz ist. Und wer der Wahl setzt sich durch. 11 zu 22. Und das war einmal schön rausgespielt. Vorne Rostock und Britta Wegner mit ihrem zweiten Treffer. 11 zu 23. Und jetzt kriegt Katrin Hilger eine Pause im Kreis. Christine Stendl hat jetzt ihren Platz eingenommen. Und sieben Meter. Intervall hat sich da durchgesetzt. Hat sich jetzt scheinbar etwas mehr wehgetan. Und jetzt gibt es noch zwei Minuten gegen Masha Prischatz. Hier der Wahl wieder auf den Beinen. Mit das vom Spielfeld gehen hat scheinbar wehgetan. Mit Eis wird es gekühlt. Und Saskia Harder darf zu sieben Meter Nummer 5. Diesmal erfolgreich. Es ist ihr fünfter Treffer. Und ein zweiter Treffer per sieben Meter von Grünballschwarin. Und jetzt sehen wir mal richtig die 4-0-2-Deckung. Und da wird sie einfach laufen gelassen. Katrin Leberenz. Jetzt gibt es noch die gelbe Karte. Gegen Rahn ist das, glaube ich, gewesen. Das war nicht ganz genau zu erkennen. 2.24. Und Maria Clout. Jetzt wieder mit auf der Halbposition. Jetzt mit Stendl und Clout, die beiden erfahrensten Spielerinnen auf der Platte. 25, 28 Jahre alt. Ja. Und da ist das, glaube ich, der Ball arbeitet. und Annemarie Dran ja man merkt doch die Verunsicherung im Spiel sollten sie nicht machen, sie sind nur jung sie lernen und genau so sollten sie das auch sehen was ausprobieren, schwacher Pass und sieben Meter und jetzt gibt es noch zwei Minuten hinterher, denke ich ne Gelb für Christine Stendl und Jette Ware kommt jetzt wieder für Maria Clout und der sieben Meter von Hante geht deutlich neben das Tor ja da muss man sagen, Rostau geht gnädig mit der Ausbildungsmannschaft des SV Grün bei Schwerin um und die bedankt sich mit dem Tor von Lisa Sperling hier dritter Treffer 13 zu 24 Schöne Finter und geht am Ende selber durch macht das Tor Luise Scheele Treffer Nummer 10 13 zu 25 und Rahn ist mal ein schöner Versuch auch gut gehalten von Anne Mahner die eine unauffällig gute Leistung heute zeigt und während jetzt schon sehr gute Laune herrscht auf der Rostocker Bank haben die Schweriner Zuschauer ein wenig die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen man ist noch nicht ganz da mit der Ausbildungsmannschaft wo man gerne wäre in Schwerin und ich glaube die Hände vor dem Kopf die Ausbildungsmannschaft die Hände vor mir und ich glaube die Hände vor mir das ist Jahrhundert der Nürnberg der Nürnberg das der Nürnberg Möglichkeit für Schwerin. Und Lisa Sperling an die Latte. Das passt natürlich. Dann das Fußspiel von Saskia Harder. Und jetzt der Wahlpack zu. Richtig. Will den schnellen Angriff abbrechen. Gut zugepackt. Bleibt beim 13 zu 25. Ohne Ansatz. Sehr schön. Saskia Hantel. Maria Kluht jetzt wieder auf der Platte für die ausgepumpte Saskia Harder. Guter Ansatz mal von Maria Kluht. Aber übers Tor. Und schön. Das war auch von Prichats. Treffer nochmal 5. 13 zu 27. Oh, das war schön durchgesetzt von Jette Wahl. Hat sich zum Aktivposten entwickelt auf grün-weißer Seite in dieser zweiten Hälfte. 14 zu 27. Technischer Fehler. Auf Rostocker Seite. Und Kluht lässt den Ball fallen. Und der Treffer von Prichats. 14 zu 28. Was auch der Trainer jetzt die Ausweiskarte. Das Tee in die Hand genommen. Kluht mit dem Foul. Und es gibt es noch die zwei Minuten reichlich spät. Und jetzt gibt es die Auszeit. Jenny, auf die Mitte. Dritter halb links. Marsha Liedlerflügel. Jenny, auf die Mitte. Nechter. Ne, kreis. Rechts außen. Halb links. Hinten stehen. Hinten 5.1 ab der schön Rücken, Mitte zu machen. Außen anbieten und los geht's. Wer ist vorne? Kati. Oder? Oder schaffst du's? Hast du die Luft? Nee, das entscheide. Du bist ja krank gewesen. Hast du die Luft? Da gehst du vorne auf die mir spitze. Ja, das ist bitter für den SV Grün bei Schwerin. Jetzt wird hier schon um Positionen geschachert bei Eintracht Rostock. Man verändert nochmal die Abwehr. Man wird jetzt eine 5-1 Deckung spielen. Und Lucy Wittenburg soll die 1 sein, die dann vorne drauf geht. Für die 10 Minuten. Sollte das nicht das Problem sein, so die Aussage. Neuneinhalb Minuten sind es noch. Und ich glaube, die zwei Punkte für Rostock sind hier nicht mehr in Gefahr. Und das Tor von Prischatz Treffer Nr. 7. Hat Glück, die bekommt den Ball ans Knie und bekommt trotzdem den Fuß abgefiffen. Ja, Juli Schiller weiß ja gar nicht, wohin. Ich glaube, da greift jetzt auch gut die 5-1 Deckung. Ja, da blieb nur die Kreisvariante gut zugestellt. Und da waren sie mit 3 Frauen vorne. Machen das Tor nicht. Das ist schon so ein bisschen fahrlässig. Ali Brandt bekommt den Ball nicht. Er weiß gar nicht, wohin. Er weiß gar nicht, wohin. 15, 29. Und Güdo Kai mit einer klasse Parade. Scheele mit dem Pass am Kreis. Da hat Wittenburg den Ball gut behauptet. Noch krank gewesen, so die Information auch. Wo Gott sei Dank gibt's noch den 7 Meter für Rostock. Und Lucy Wittenburg, die einzige im Rostock-Team neben der Torhüterin, die noch nicht getroffen hat, darf jetzt zum 7 Meter. Und verwirft. Man geht gnädig um mit dem SV Grün bei Sparien. Juli Schiller jetzt mal mit Dampf. Aber ohne Zielwasser. Schrittfehler. Das Gerharder. Untertreffer. Ihr Sechster. 16, 29. Ja, Rostock da eigentlich zu dicht drauf auf der Abwehr. Aber wenn man sie lässt. Mascha Prischatz mit ihrem 8. Treffer zum 16 zu 30. Ja, der Wahl kann ich ja diesmal nicht durchsetzen. Aber es sieht immer noch gut aus bei ihr. Das Problem bei Grün-Weiß ist, es ist momentan das Einzige, was gut aussieht. Und sowas reicht nicht, um ein Handballspiel auf einem V-Liga-Niveau zu gewinnen. Oh, Wittenburg. Wir winken ja den Ball auf den Fuß. Also das ist keine starke Leistung, die Eintracht Rostock hier heute abliefert. Und Jette Wahl tut sich doch noch ein wenig hervor. Fünfter Treffer. 17, 30. Man geht hier äußerst, äußerst gnädig rum. Schieben wir das mal auf die Weihnachtsstimmung. Dass man ein paar Geschenke verteilt. Am 4. Advent, schön gespielt, Lisa Sperling. Toll, auch nochmal einen schönen Angriff zu sehen auf der Seite von Grün-Weiß Sperrin. 18, 30. 18, 30. 18, 30. 18, 30. 18, 30. 18, 30. 18, 30. 18, 30. 18, 30. 18, 30. 18, 30. 15. 18, 31. 18, 40. 15, 16, 15. 17, 15, 17. 25, 15, 15. Floßen, Anriksen. mir eine angesprochene werft der ball ins tor und über der beise erster treff an diesem spiel 19 zu 31 jetzt hat der schiedsrichter tor gefiffen und jetzt muss aber einer das tor fixen da war der ball im netz von innen aber da war ein loch im außennetz der ball ganz klar so was von hier zu sehen im außennetz und das ist tatsächlich ein loch im netz kuriosen das wäre das zehnte tor gewesen für mascha prischatz und man kann wirklich von glück reden dass es nicht mehr eng steht in diesem spiel das wäre eine diskussionsreiche szene geworden wenn es hier jetzt 30 zu 30 gestanden hätte obwohl ich denke dass klar zu sehen war der ball am tor vorbei da hat sogar steffen franke ein grinsen für übrig jetzt noch die anweisung von den schiedsrichtern man ist zu scherzen jetzt aufgelegt kurz vor schluss fünf sekunden lassen die schiedsrichter die offizielle hallen uhr stehen und dann läuft sie weiter jetzt rostock er meint ja aber wollten doch rechtzeitig nach hause und jan rieke rosenkran sorgt hier für den ersten großen jubel in der reifen waren sporthalle 28 30 in der zweiten halbzeit das sagt alles in der gutungkeit hält den ball neben jette war sicherlich die stärkste im spiel des sv grün weiß heute es wird mir bei grün weiß haben sollte zusammenfassen könnte man auch zwei minuten vergeben dem schiedsrichter nicht mehr ist auch unnötig jetzt britta wegner es wird mir nicht homogen bei grün weiß schwarin heute die abläufe stimmen nicht das timing stimmt nicht dazu kommen die vielen fangfehler das einiges zu tun in der winterpause für steffen franke und seine mannschaft das gerade noch mal mit einem guten angriff siebter treffer die beste torschützen auf seiten von grün weiß schwarin und jetzt haben wir noch drei sekunden es gibt jetzt gibt es noch mal die zwei minuten gegen lisa sperling sie hat eine sekunde vor spielende schon frühzeitig feierabend so kann man das denke ich auch und das war's 21 zu 31 endet das spiel zwischen msv grün weiß schwarin zwei und eintracht rostock das war's das war's das war's und